Musik 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 Mein Name ist Veda. Ich mache eine Ausbildung zur Zersparnungsmechanikerin Fachrichtung Drehmaschinensysteme. Und das hier ist mein Arbeitsplatz. Und das hier ist echt cool. Das soll cool sein? Das hier ist cool. Ich bin im zweiten Lehrer und ich hoffe, dass ich noch viel an dieser Maschine lernen kann. Ich darf auch schon selber Programme schreiben, sie selber bedienen. Ich habe zwar immer noch mal drüber geguckt, aber im Großen und Ganzen kann ich sie auch schon alleine bedienen. Und das macht mir auch ordentlich Spaß und ist richtig cool. Ja, ich habe die Stellenangabe hier bei TZT über die Internet-Homepage gefunden. Dann habe ich hier einfach mal angerufen und nachgefragt und dann hatte ich auch schon direkt ein Vorstellungsgespräch. Als ich meinen Freunden dann davon erzählt habe, dass die Ausbildungsvergütung ganz schön hoch ist und ich auch 30 Urlaubstage habe im ganzen Jahr, waren die schon echt beeindruckt. Der Bruttolohn im ersten Lehrjahr liegt bei knapp 900 Euro. Und als ich das dann meinen Freunden erzählt habe, war der Job auf einmal cool. Das Arbeitsklima hier bei TZT ist echt cool. Es kommen auch keine dummen Sprüche von irgendjemandem, dass ich hier als Frau nichts leisten könnte. Und die Aufstiegsmöglichkeiten hier bei TZT sind auch echt klasse. Ich wollte wohl den Meister machen. Eventuell halt erstmal gucken, wie ich mich da jetzt weiterhin schlage. Das Fundament für meine Zukunft wird hier gelegt bei TZT. Und wie lange willst du noch warten? Mein cooles Leben mit TZT. Ist das für die Schwerung? Ich habe mich bei TZT.